so moin und herzlich willkommen wir fangen doch mal neu an erst mal ohne waffen draufhauen das ist so mies ich war so gut so so gut und dann steine er ist echt anstrengend ich hab doch hier mein lager gemacht oder vielleicht soll ich echt erst zur stadt gehen und dann woanders hin ich hab doch irgendwo hier mein lager mein altes folgen tausend sachen wieder da ist mein altes lager gefunden mein altes lager hier sogar mit helmets gut naja letzte folge ziemlich doll aufgeregt deswegen nämlich alles verloren das ist ganz mies gelaufen ganz mies war das aber echt heftig ne ich weiß auch nicht wo man eisen findet vielleicht sollte ich das erst mal googeln wo man eisen so ein kram findet ja die eisensachen bringen mir ja überhaupt nichts ne man kann das nun mal alles schon mal freischalten aber das bringt überhaupt nichts ja mein bogen ich verstehe immer noch nicht wie ich den benutzen kann keine munition das wäre super wenn ich den benutzen könnte muss ich mal googeln google ich alles ein bisschen holz damit wir das fleisch dafür haben runter dann dann zurück naja stimmt wir müssen erstmal alles das herstellen ich schneide gleich zusammen ich gucke jetzt eben wie man feilen bohengunus und wo man eisen findet bis gleich dann schneiden wir gleich zusammen die kontrolle und mach ich rumzulaufen Nein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das sind alles Sachen, die ich nicht benutzen kann Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, machen wir eben noch eine Waffe Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, jetzt müssen wir, haben wir uns wieder elf Minuten vorbereitet. Jetzt geht's weiter. Boah, ist halt anstrengend. Aber ich finde auch kein Eisen, ne? Eisen ist Mangelware. Weil ich weiß immer noch nicht, wo ich suchen muss. Damit den Pfeilen kann ich auch keine Ahnung, wie das funktioniert. Guck mal, ein Koch? Könnte ich ja irgendwie haben, Leute. Verstehe ich nicht. Komm, ich versuche noch mal gegen den Alligator. Feuer! Tod, wir haben den Alligator besiegt. Okay, das können wir alles wieder trocken. Eisenpfeile können wir auch noch nicht. Wir machen jetzt mal hier die. Oder das? Guck mal, Spieß. Machen wir einmal einen. Ich hab's langsam satt. Dumme Hygiene. Guck mal, Spieß. ausruhen 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 gut so dann sehen wir uns bei der nächsten folge wenn es wieder heißt los wir sterben jetzt bis dann tschüss